Hallo ihr Lieben, es sind nur noch wenige Stunden, bis unser neuer Song Gebt mir mein Herz zurück rauskommt. Ich hoffe, ihr habt alle schön eure Stiefelchen geputzt. Und wenn nein, kein Problem. Theo! Theo magst du sie auch? Dann ist es ganz spontan. Auf jeden Fall, unseren Song gibt's ab 12 Uhr, 6.12 Uhr zum Downloaden. Viel Spaß damit.